Was ist Traffic Driver? Hat der nicht mitgespielt? Was hat der? Hat der nicht mitgespielt das Spiel? Der, der... Schanier hat mitgespielt? Schanier spielt immer mit, weißt du doch. Jedes zweite Auto, was ich nehme, ist ein Schanier. Was macht der? Wie der Spezialkube fährt? Hast du gesehen, wie der abgebogen ist? Soll ich jetzt mit dem Helikop oder mit dem... Ja, du kannst direkt zum Casino fliegen. Directly. Bist du immer noch nicht da runter auf Loh? Nein, nein. Ich bin jetzt gerade vom... ...unter bis runter. Der hat übrigens keine Bremse. Die merke ich schon. Ach Quatsch, die sind top. Hatte der nicht mal hinten ein Ersatzrad oder so? Oh man, alles wechseln und dann das möchte ich nicht. Moment, stopp. Wir müssen hier nicht rein. Das Gebiet und das Casino aus. Fahr mal gerade... Achso, fahren. Das kann man dann fahren machen, okay. Denke ich mal, ne? Fahr mal ums Casino rum. Ist hier irgendwas? Lass mal laufen lieber. Das Tor... Das muss ich überhaupt machen. Kann ich Fotos machen oder so? Boah, keine Ahnung. Ist ne gute Frage. Ob man da Fotos machen muss? Ne, muss man nicht. Na, ich bin auch gerade dabei. Äh... Puh... Hier ist doch auch irgendwas, oder? Also hier sind Kameras. Oder müssen wir uns das jetzt hier denken oder so? Seit wann sind hier Kameras? Seit denen die Hütchen verstellt haben und mein Rennen wieder geht. Okay. War das da gerade ein Ausgang? Man muss ja ins Casino einbrechen und dann irgendwie... Komm, hier sind doch auch Türen, oder? Ja, aber das ist doch nur Stromscheiße. Oh, ich hab das kaputt gemacht. Jego, was soll man denn hier ausspäen? Das war ne gute Frage. Vielleicht wäre es Florian war's. Ich weiß nix. Warte mal. Was soll man hier jetzt ausspäen? Muss man jetzt aufs Dach, oder was? Was soll man hier ausspäen? Ja. Ich guck mal kurz, was man hier ausspäen muss. Guck mal wie der Typ das hier in dem Video gemacht hat. Ist so ein bisschen... Ist so ein bisschen unübersichtlich hier. Begebt sich zum Casino. So, was macht der dann? Später ist Verlänger sie... Okay, man muss tatsächlich Fotos von Türen machen, Lenny. Ja, aber... Okay, aber wie sickt man den dann ab? Warte, ich guck kurz wie er das macht. Er macht das Foto und dann... Hä? Geil. Wir müssten auf jeden Fall Fotos von allen Eingängen machen. Unten, ne? Ja, generell. Aber das hatte ich... Das hatte ich schon mal irgendwo gemacht oder sowas. Glaube ich auch. Was denn? Die Fotos... Sollen wir erstmal mit dem Haupteingang anfangen? Ja, aber... Ich kann ja nur eine Galerie speichern, das Foto. Muss man glauben. Naja, du musst von der richtigen Sache ein Foto machen. Und dann gibt er das vor. Also vom Haupteingang muss man auf jeden Fall schon mal eins machen. Ja, also ich hab hier hinten auf jeden Fall schon mal ein Foto von der Tür gemacht. Okay. Also ich kann hier kein Foto machen, weder vom Eingang noch von der Kamera. Du musst einfach in die Kamera und auf dein Handy gehen. Ja. Und dann sagt er in der Galerie speichern. Möchtest du das in der Galerie speichern? Ja, du musst von der richtigen, wichtigen Tür machen. Das ist ne Einfahrt hier. Ja, du sollst nochmal von den wichtigen Türen einen machen. Nein, eine Einfahrt ist wichtig, da kommen coole Autos bei. Also das zum Beispiel nicht hier. Das gilt nicht. Junge. Nein, das gilt nicht. In Galerie speichern, okay. Acht Türen fotografiert, in Galerie speichern. Einverstanden. Wieso? Ich will das nicht mit Rahmen. Das soll nicht aufgehängt werden. Aufhängen. Hä. Wegen Galerie speichern, okay läuft auf jeden Fall. Jaja, das muss in der Galerie gespeichert werden. Nein. Doch, doch. Du bist kein Mitglied mehr der Crew von Asus. Chloba, du hast verlassen bei uns. Ach, dieses Spiel ist so zu kotzen. Wie kann man nur ein Spiel so schlecht programmieren, nach all diesen Jahren? Ja gut, was soll ich dir sagen, ne? Ey, hast du eigentlich ein Foto von den Türen hinten gemacht? Ich habe von allen Türen bisher Fotos gemacht, die alle in meine Galerie gemacht. Aber bringt absolut gar nichts. Doch, das bringt was. Oh, die Karre leitet. Ich muss doch schon... Hier, die sind wie gesagt... Habe ich schon. Hast du auch schon? Ich mache auch nochmal. Weißt du was? Weißt du was? Würde du mich in die Ceo wieder einladen? Oh, ob das in der Lobby geht, weiß ich gerade nicht. Ich guck mal kurz. Lenny, wir müssen hoch. Das ist das geilste Verdeck im Spiel. Hoch. Da habe ich mir schon gedacht, da hinten steht der Heli. Du kannst deine Augen dazu niemanden hinzufügen, wenn dein Auftrag ausgeführt wird. Ist ja auch eigentlich so... Wow! Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Aber da kommt der der Eingang rein. So, aber du kannst einfach mitgehen. Wir müssen ihn einmal hoch. Ja, und steig deine Heli an. Da ist der Bazaar, oder? Also ich... Ich kann euch den Tipp geben. Ich habe den Zimmer geholt, weil ich das schon geahnt habe. Die Tür hier hinten. Hinterm Haus. Das ist ja diese weiße Eingangstür. Die habe ich fotografiert. Und das war wichtig. Okay. Also Lenny, ich fliege kurz einmal hoch. Hier stopp. Hier sind nämlich noch mehr Eingänge und Ausgänge. Da ist ein Aufzug. Was läuft denn hier so? Aufzug... Hier daneben die Tür. Hier ist noch eine Tür. Guck mal WhatsApp. Ist wichtig. Mein Spiel ist abgekackt, glaube ich. Was? Glaubst du? Progress... Windows... Microsoft Windows. Die anderen reagieren nicht mehr. Bro, ich mach mal... Nein, oder? Mich kriegt dieses Kackspiel gerade sehr hart auf. Weil ich verstehe. WhatsApp sagt 29.380. Hast du die Tür auch? Ja, ne? Wie die an Lester schicken. Echt? Ja. Man sagt, Prozess beenden. Und selbst da reagiert das Spiel nicht. Wie an Lester schicken. Wo hast du das jetzt gesehen? Ja, das stand da auf einmal gerade. An Lester schicken. Wenn du von den dicken Türen ein Bild machst, dann sagst du direkt an Lester schicken. Ehrlich? Ja, sag ich doch. Ja, aber... Hä? Du kannst das gar nicht in der Galerie speichern, wenn du sendest... Du musst das nur an Lester senden. Okay, wir müssen hier trotzdem einmal rumlaufen. Ich kann das die ganze Zeit in der Galerie speichern. Was ist denn hier los dann? Nippel. Ja. Mehr als von der Tür ein Foto machen kann ich gar nicht. Nee, also du hast das Foto gemacht und dann an Lester geschickt, oder was? Nee, ich hab ein Foto gemacht und dann hat er direkt einen Chat speichern vorgeschlagen. An Lester schicken. An Lester schicken. Zack. Geht doch. Du musst den manuell anwählen? Ja. Ja, du musst dann auch auf den Lester drauflegen. Okay, okay, okay. Ja, und weiter? Wie viele Türen sollen hier noch sein? 500? Ja, ja, hier hinten. Die mit der Wache. Da neben der Wache die Tür. Rechts. Hast du die alle schon hier? Ähm, ja, die eine habe ich. Und die anderen acht, die hier sind? Nee, ich glaub, die brauchen wir nicht. Okay, wenn du die da so sicher bist. An Lester schicken. Du kannst gerne versuchen, die anderen, äh, mal zu machen. Ob du die auch an Lester schickst, wenn nicht, sind die nicht wichtig. Aber der will die gar nicht. So wie Flo gesagt hat. Jetzt, äh, kann man hier noch... Aber was ist denn los mit dem Typ hier? Ich glaub, die unten brauchen wir auch nicht, ne? Jetzt könnte man auch mal hier oben hochklettern. Hier ist auch noch ne Tür. Oder zwei, wie viel sind hier? Zwei Türen. Ich mach erstmal diese hier. Also ich hab bisher nur eine sinnvolle Tür gefunden. Ich hab schon zwei. Drei. Drei Türen. Galerie speichern, okay. Oder nicht. Also sind da unten keine mehr? Hm, irgendwie nicht. Nee, die will er auch nicht haben, die Tür. Ich kann sich auch nicht entscheiden, welche Türen er braucht. Also wir haben jetzt insgesamt schon vier Türen. Plus den Eingang, oder? Den hab ich auch schon. Machst du schon ganz oben? Ja. Ist da irgendwas sinnvolles? Kann ich dir nicht sagen. Also ich hab hier schon zwei Türen wieder gefunden oben. Also ich grasse hier gerade alle ab. Die will er auch haben. Ich hab's, das ist ja interessant, ja. Find ich auch. So und was jetzt noch? Wo gibt's noch mehr Türen? Oh, hier sollte man nicht unterspringen. Ne. Ab in den Pool. Nein. Nein Lenny. Was nein? Nein. Moment mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Warte mal, ich muss einmal hier klarkommen. Ab in den Kanal. Wie Kanal? Ab in den Kanal. Was für ein Kanal. Was für ein Kanal. Da gibt's auch noch einen Ausgang. Jetzt. Ja unten hier an dem Kanal. Warte wir brauchen erstmal ein Fahrzeug. Hier was zum Flüchten. Parkplatz was haltbar ist einigermaßen. Autsch. Benchy. Guck mal Benchy hier. Damit kann man sich was reißen. Geh rein in die Box. Wegpunkt setz ich. Moment. Hier hin bitte. In den Kanal. Ist das ein guter Weg den ich gerade fahre? Äh ja. Okay. Wie soll man darauf kommen dass das ein Ausgang ist? Habe ich mir gerade im Video angeguckt. Das ist kein Ausgang von der Video. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Komm rein in die Büchse. Nein nein nein. Rein hier. Liegt die da drin? Ich dachte das ist die Tür. Okay steig ein. Wow. Und ich bin wieder an der Military Base gesprungen. Gut dass der hier rückwärts hoch kommt. Hier links anscheinend. Ne warte. Das ist richtig klasse. Aber diesmal bin ich aber nicht in eurem Ziel. Das heißt ich kann meine Flugzeuge nehmen. Ja doch den. Fotografier das mal. Hat jemand eigentlich einen kleinen Wagen gesehen? Die Stäbe? Das ist die scheiße hier oder was? Ja. Neul. So wie soll man denn darauf kommen? Lass doch auf jeden Server ein. Welchen Wagen den Wagen? Und wie lässt er es haben? Nein. Mach mal vorne. Warum immer Selfie? Was? Ich mach doch gar kein Selfie. Fahr mit deinem Scheißhaufen hier weg. Ja der ist gut. Der ist auch gut. Ja. Ich mach hier gleich aus. Richtig. Der will das gar nicht haben der Erkopf. Oh ich guck mal. Ich hab das perfekte Foto gemacht. Fangen wir mal da hoch oder? An Lester schicken. Was? Ja. Ich hab dreimal ein Foto gemacht von der Leiter ne. Perfekt. Nicht von der Leiter Kollege. Und was denn dann? Hier. Hier sind doch die Stäbe. Ach die Stäbe. Hier sind die Stäbe. Guck mal hier ist noch eine Leiter die nach oben geht. Die ist anscheinend uninteressant. Ja ok. Was weiß ich denn was hier zum Casino geht und was nicht? Äh. Das da unten. Da ist nichts mehr. Keine Ahnung. Da steht immer noch Schnee das Casino aus. Also irgendwas muss hier nochmal. Wir haben ne Tür vergessen oben. Oben. Ganz oben? Toll. Wo steht der Heli oben? Gut. Scheiße. Kann man hier hoch? Ich bin ja auf dem Weg. Ja Flo. Geh mal aufs Dach da. Ich bin ja nicht bei euch in der Gruppe. Gar nichts. Marschiert der da einfach hoch? Ist der hier... Nicht dein Ernst? Der Heli steht da oben eingeparkt. Ist der hier hoch? Fahrzeuge buzzert. So. Jetzt steht der da nicht mehr. Aber die Tür ist auf. Ne ich hab die mal aufgelassen. Ich flieg nicht. Ja sonst kommen wir da oben nie einladen. Nicht so. Wo hast du eigentlich die Scheiben tönen lassen bei dem? Äh. Bei... Scheiben tönen 24. Aussteigen. Wir sind da. Aber wir müssen landen warte. Im Pool? Gut danke. Ja klar. Perfekt. Ja. Diese Kuroserv Überwachung. Deutet darauf an, dass das Fahrzeug zerstört wurde. Unmöglich. Ist hier nicht ein Ausgang irgendwo? Eine Tür? Habe ich schon sechsmal fotografiert die Tür da hinten. Und die Tür habe ich auch fotografiert. Die Tür die ja unten an der Ecke ist habe ich auch fotografiert. Die hier? Ja. Und die wollte Lester haben? Nein. Nein. Der will Lester aber an Lester schicken. Nein will er nicht. Doch. Ich war hier schon. Warst du nicht? Okay. Doch ich mache jetzt noch ein Foto. In Galerie speichern? Fragezeichen? Ja. Jeder nicht. Der will meine Fotos nicht. Ich glaube meine Kamera ist scheiße. Hier unten ist ja noch mehr. Nicht dein Ernst. Eingang zum Pferdescheiß. Wie Pferdescheiß? Ja. Was nen Pferdescheiß? Wie viele Türen haben die hier eingebaut? Eingang zum Pferderenn. Wo soll das sein? Ähm. Hier runter. Dank dass der Heli kaputt ist. Der ist top. Lockerweg. Also hier runter. Lauf doch durch den Pool. Der ist auf dem Pool da. Autsch. Bist du sicher, dass du nen Fallschirm hattest? Ja. Das wäre ich jetzt tot. Also ich bin nicht so sicher. Läuft auf jeden Fall. Okay, das wird Lester schon mal nicht haben. Boah, ich hole jetzt ein Auto, das ja nicht auszuhalten. Wird er das hier haben? Hier ist ne Garage. What the fuck? Seit wann ist hier ne Garage? Ja, guck mal. Voltic. Da bin ich auch ewig nicht mehr gefahren. An Lester schicken? Das gibt's doch gar nicht. Flo, war das mit dir? Ja, könnte funktionieren. Wir werden uns die richtigen Wachuniform besorgen. Äh, ja. Jetzt können wir hier einfach einspatzeln bis zum Tresorraum. Die Kunst der List gefällt mir. Wo ist ne Garage? Guck mal wie leise ich bin. Wo bist denn du? Ich hör dich gar nicht. Hier ist ne Garage. Seit wann ist hier ne Garage? Lol. Knallen die einfach ein Tor rein. Guck dann. Komm da rein. Darf ich mal einsteigen? Geile Garage. Ok, jetzt müssen wir zurück zum Casino. Äh, Casino. What? Ach man ey. Ja, nicht zum Casino, sondern zum, zu meiner Kackteller. Ja. Spielhalle. Kann ich springen? Nein. Oh, hier ist ne Ausfahrt, danke. Da bist du grad schon lang gefahren, ne? Wo seid ihr denn jetzt? Jetzt gleich wieder bei der Spielhalle, wo wir vorhin gestartet sind. Genau. Da war ich ja auch nicht. Downtown. Da bei dem scheiß Tower, wo alle ihre Rütter haben. Alter ist ja leise. Jo, und heute gar nix. Radio eigentlich. Nix. Oh, Unfall. Eine Milliarde Airbags ausgelöst. Anhalten. Warst du hier? Ja. Ja. Ich hab dich mal noch mitgeschliffen. Jo, danke. Bitte gern, direkt vor die Tür. Ah, ich muss Flo einladen. Flo, du kannst gerne auch reintreten. Ich steh direkt davor. Warte, ich lade dich kurz ein. Angebot an Freunde. Angebot. An Bote. So, Flo. Oh. Ach guck mal, Lenny. Was jetzt hier steht. Ausgespähte Zugangspunkte. Da stand da aber grad noch nicht. Nee. Ach, das da unten. Ah, verstehe. Lol, jetzt weiß ich auch was gemeint ist. Ja. So, jetzt ist da bei dir bei erledigen Casinoaufspielen ein Haken, ne? Jo. Also jetzt Tresorraum Inhalt, oder was? Tresorraum Inhalt ausspäen. Wie willst du da reinkommen? Mission erstmal starten, keine Ahnung. Flo, bist du bereit? Hm. Okay.